Ich bin der Vorstand vom Reit- und Fahrverein Schönau am Königsee und wir machen heute hier den Rostock. Die Veranstaltung ist gut besucht und es ist kein Unfall passiert. Es sind extrem viele Pferde da. Jetzt war gerade die Kaltblutquadrille und jetzt sind nur ein paar Vorführungen und dann werden wir uns wahrscheinlich in den Biergarten verkriechen müssen, weil es so schön ist. Es hat jetzt schon langsam eine richtige Tradition, das Fest. Und das Großartigste ist halt, dass man einfach sieht, wie schön oder wie stolz, dass die Rostocker sich da an dem Tag präsentieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017